Ihr braucht gar nicht schweigen, Flohs Action. Das ist Situationskomik, momentan ist das nicht so. Ja, 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 gut, es ist eh in Ordnung. Also nimmst du auf, oder was, jetzt? Ja, ja, ich nehm auf. Spontanmaterial ist meistens das Beste. Oh, ja. Äh, achso, Bomberman, okay, ja. Bomberman, das gefällt mir nicht. Oh, macht nix gut. Ja, irgendwie gewinnen fällt mir da auch ein bisschen schwer. Ja, die Apropos, Apropos, Taktik, ne? Du verglichst halt Vollgas in der... Ben, wie war das? Das heißt, ich proben. Juhu. Und tot. Nein! Scheiße! Nein, man! Fuck! Der war asozial. War asozial. Fuck! Nein! Das ist gemein. Ah, herrlich. Ich hab eh ne Frecke, Alter, durchgegenbounce, Alter. Das war ne schnelle Runde. Das war ne schnelle Runde, ja. Herrlich. Multikill. Multikill, genau. Ja, genau, durch den Bug stirbst du nicht, oder was? Genau so schaut's aus. Das fährt's dreckig, Alter. Martin, toll! Hahaha! Ehrlich, geil. Ah, der Zocker hat die Schrotze gekriegt. Boom, boom. Boom, 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 boom. So, das hab ich noch nicht scheiß. Joa, Alter, du hast nen ganzes Sammelsorium. Warte, warum hast du nicht noch ne Bombi gerichtet? Ja, ich weiß es nicht. Neeein. Ohhhh. Egal. Ach so, jetzt ist der Free Real Estate. Also alles drauf da. Da kommst du nicht hin. Boom. Sicher ist sicher, Alter. Ein kleiner Kurvina-Kaktus. Ja, genau. Safety first. Preis erhalten. Und unten weg. Ja, das ist gut für mich. Ich steh nämlich noch immer da. Ja, du musst, du musst echt jetzt mal... Ach was, Zocker muss da weg? Ja, kein Problem. Biege den Kaktus über, genau, und stampf los. Ja, der muss jetzt auch mal nen Pokal kriegen. Weil dann kannst du auch nicht geported werden. Was geht denn ums Porten? Ich kann ja so wegklatzen. So asozial. Wenn du noch rumgehst, dann dreht sich's wieder, ne? Dann geh ich nicht noch rum. Und da ist's nicht weg. Ah, komm. Oh, komm. Da hätt's schon mal die Schrot auspacken können. Ich hab kein Schrot. Bisschen Pferdesalami machen. Nein! Wir beide haben uns die ganze Zeit bis jetzt noch nie angegriffen. Nee, bis jetzt nicht, ja. Weil ich könnte dich auch one-punchen. One-punchen. Du musst dich ja voll bewegen. Das ist schon. Ah, da macht einer einen auf Saitama. Eieiei. Und unten drehen. Oh nein. Oh nein. Oh, der arme Zocker. Oh nee. Oh ja, das ist auch cool. Das mag ich auch. Ja, genau, ne? Also fang den Kürbis oder was? Also der will den Kürbis so lange wie möglich den Kürbis behalten. Den Kürbis? Das ist ne Krone, Alter. Ja, das ist so lange wie möglich. Den Kürbis. Ja, es ist ja auch ne Krone. Deswegen, so lange wie möglich, ne? Yeah, los. Warst du so weit geschlagen, WTF? What the fuck? Nein! Guck mal, wie weit man schlagen kann, ey. Meins! Aua! Meins! 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 Ja, meins! Alter! Garter! Blatart rennt einfach nur und boxt die Leute. Das Beste ist halt einfach nur die Geräusche. Meins! 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 Au Mann! Nein, Alter, jetzt gib mal das scheiß Ding her hier. Meins! 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 Wie weit kann man bitte schlagen? Ja, ich will! Das finde ich normal. Ina sozial. Oh! Ja! fuck ich glaube ja doch stimmt ja richtungswechsel das könnte ich gewesen sein ich meine rakete nicht sonst nehme ich den kack schutz weg dein kack schutz ist an der baustür und eine glocke erschlagen läuft also ich finde ganz ehrlich die halloween map die ist halt coole da kannst du richtig taktisch vorgehen und kannst die leute wirklich zum opfer lang denn den den zombie vorfüttern weißt ja aber hier ist es so ja ist halt mal was an wenn es so weiter geht in ganzen richtungswechsel gewinne ich am ende und keine neue drohe kriegt ja das stimmt ja so wird nichts schon verkackt schnadenlos in dem game wenn jetzt noch mal ein richtungswechsel ist dann hast aber ich habe genau dasselbe auch und und noch mal bonus schlüsse so mag ich das aber da bin ich letztes mal sofort gestorben da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr ad und springen ich bin gestorben hat sache wahnsinn nein nein zu spät super ich habe viele schlüsse was ist jetzt los ich weiß jetzt schon was thomas machen wird der hätte jetzt auch mal ein schlüssel für so ein pokal verdient ja genau ja genau ich nehme jetzt doch erst mal seinen kaktus ab ja ich liebe dieses game einfach jetzt kriegt zogger erstmal seinen kaktus abgenommen ja 22 leben theoretisch kann eigentlich nichts an mich an außer das hat ein teleport ja das wäre blöd das hat safe ein teleport hat keinen ne ja geil der kann ja nix jetzt jetzt ist noch sache wo kommt er jetzt drauf ne ok ein richtungswechsel wäre scheiße ne er kann keinen schlüsse bis da unten safe da unten ja ich glaube schon wenn er jetzt hier runter geht da ist auch einer ja 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 grün und blau können noch wechseln padi hast du irgendwas nö ja sicher habe ich was ach das scheiße oh ein geschenk oh ja naja dafür muss ich jetzt töten ja ich töte ihn gleich hinterher keine sorge ich bitte Thomas du musst mir Schutz garantieren ich beschütze dich nicht ne aber ähm ich verdient was ich hab dir gesagt er ist ne helferhältige Schlange und du unterstützt ihn auch noch du blödes Miststück jetzt kommt die Truhe eh woanders hin drück auf Ignore zorge Ignore das wir darfst du nicht benutzen haha auf jeden Fall haha platz hat er weiter ja platz hat er ist jetzt letzter genau haha ja wie gesagt ich werde dieses undankbar der blöde Fotzen Miststück so dermaßen niederknüppeln haha und wenn ich im game dann einfach in real life äh was haben wir es halt oh nein oh nein oh das ist so scheiße schwer wie die alle die kein Auto fahren können ne haha wir fahren auch da Auto im normalen Tag auf der A2 ja genau ja also ich find's wirklich ich find's witzig echt es ist schon cool da kann man nichts sagen aber warum mussten sie unbedingt Autos und Panzer nehmen das hätten sie doch anders machen können wer fällt überhaupt mit dem Panzer so durch eine Straße runter naja fahren kann man das ja wohl nicht nennen ne na boah das Taxi kam so schnell Martin ja kannst so froh sein dass du im Nachhinein nicht die ganzen Stimmwörter raus piepen musst warum ansonsten hast du gerade eben sehr viel Zittung gehabt ja ich muss ihn muss nur ab 18 stellen ja also Mädels was macht ihr so ich bin ganz oben alter hi du scheiß Panzer der Panzer hat mich erwischt das bringt einem ja nichts wenn man jetzt hier steht da kriegt man ja keine das kann man zu buchen hupst stüren oder schna ja genau Autos oder was Hanser und Slach ja haha oh grad wo ich so hoch kam warum gewinnt dann zocker oh mein Gott wie geht das wenn ich der erste war der da oben war oh mein Gott Mein Punkt war höher als der... Ich versteh's nicht. Das Game ist useless. Ihr wollt das spielen. Nein, das Game ist useless. Du kommst trotzdem nicht in so einem gewissen Halt, du bist ja trotzdem heute noch geschlagen. Ein Game, was Freundschaften zerstört. Ja. Nicht immer so. Beschätzt, wenn unser Miteinander größtenteils zuvorkommen. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Zock, ja. Jetzt wird er frech. Jetzt wird er richtig frech. Er hat 40. Und ich hab ihm einen Pokal gegönnt. So, jetzt ist damit aufschlössig. Warum auf mich? Das war der größte Tag der Welt. Ich gehe dann für heute auch offline und morgen Dienstag am PC, aber also nicht. Ja, Killer, dann sag noch tschüß zu den Zuschauern. Tschüss, Zuschauer. Und wir schreiben uns. Ja, wir schreiben uns. Tschüss. Tschüss. Tschau. User disconnected from your channel. Richtungswechsel. Nein, eigentlich wollte ich das gar nicht. Nein, nein. Scheiße. Nein. Ach, hör doch auf, ey. Das ist doch... Ja, ich spiel die Karte nicht wieder. Ach, ey, jetzt hör auf. Der Richtungswechsel macht's doch erst richtig lustig. Ach, nein, die Uhr. Die Uhr hat dir doch nichts getan. Ja. Die Uhr war schien, der ist oben hin. Aber trotzdem zeigt die Uhr wenigstens die Uhrzeit an. Ja, eben. Naja, wenn man's da mal sieht. Die Rett mal stimmt. Hast du dich ja, dass ihr mich verklatschen wollt? Ja, ist... Naja, ich hab ja den Tag Parti jetzt so richtig schön zu demütigen mit irgendwas, aber naja. Er guckt aber auch Thomas ist. Ja, mir ist Thomas egal. Ihm gönne ich den Sieg. Er hat bisher die wenigsten Aggressionen gegen mich geleitet. Was? Ich hab kaum irgendwas gemacht. Nur weil ich einmal Magneten eingesetzt hab. Ja, und dabei gelacht hast. Das lacht mir schon. Ja, aber Thomas dreckige Lache über alles ist in Ordnung. Oh, geil. Oh, ich suche dich und bringe dich um. Ich sag's dir. Jetzt ist ein Mord- und Totschlag, ey. Da sind Waffen, da sind Waffen. Schrotze. Aua. Arschloch. Mann, das Ame ist echt super. Nein! Nein! Hab ich dich, du Wexer. Get wrecked. Was? Was? Von wo, Alter? Eine Schrotflinte schießt doch nicht zwei Kilometer weit. Aber halt. Oh, mit dem richtigen Schrot schon. Zogger. Zoggi. Hallo, Zoggi. Hallo. Nein! Bitte, Leute, lass mich in Ruhe. Ich mach doch gar nichts. Willst du denn? Ja, los. Yeah! Nein! Daneben. Adi. Nein! Was? Party. Du kriegst Party, Alter. Steht er da an der Ecke, Alter. Ich hab das schwert nicht mehr. Nein! Nein! Platz ist da hinter mir. Am besten ist es wirklich in der Mitte rumzugammeln. Machen wir hier keine Knarre? Das CSGO-Spiel, diese 600 Stunden, die zahlen sich echt aus. Ja, genau. Bei dem Minigame. Bei dem Minigame schon. Kann man ja auch auf ein Stück mit CSGO vergleichen. Das bringt ja ein Doktor zu leben. Oh, jetzt bin ich wieder die goldene Ecke. Warte, warte. Ja! Ja! Wuuu! Das gibt's doch nur nicht, Alter. Ich gönn's ihm. Ich gönn's ihm einfach. Sagen wir's mal so. Was? Oh, wie geil. So, einen dritten Schlüssel, äh, drücken Pokal gönnst du ihn. Mir ist es wohl ein Schlüssel, du verlierst am Ende. Das kann man so aussehen. Ja. Ist ja herzallerliebst. Achso. Kann man jemand kurz die Richtung wechseln? Das ist jetzt gar nicht ganz wechsel gewesen. Mhm. Oh. Du wechselst jetzt aber die Richtung. Äh, aber geil. Zocker. Zocker. Ja, voll geil. Warte mal. Wieso, wieso ich? Warte, wo ist Party? Wo ist Party? Der ist doch unter dem Paktus, ne? Ja, der ist der Check. Ja, der checkt das. Ja, gib ihr. Das ist nicht ein, nein. Lohnt sich nicht. Nein! Zocker, er weiß, was du. Ja, Party hat die meisten Schlüssel. Dann hätte sich das schon gel... Ja, aber Thomas hat die meisten Pokale. Ist doch wurscht, um zu verlieren. Ja, aber was bringt dir? Die Pokale kann man mir nicht abnehmen. Ja, aber er kann dir die Schlüssel abnehmen, damit du den nächsten auch noch holst. Er gewinnt, wenn das jetzt vorbei ist. Ich das checkste. Ja! Nein! Ja, los, mach. Nimm ein Geschenk. Geschenk. Ja, komm, komm, komm. Ja, sicher nehme ich ein Geschenk. Ja, Karma. Was war das jetzt? Weil Geschenke, das ist halt Pech. Du kannst Glück haben oder Pech haben. Nichts ja, esμαι ganz gut. lows. Nichts, ich glaube. Ladies bis